Thorsten Michaelis ist ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher, Hörspielsprecher und Hörbuchinterpret. Seine Stimme ist vor allem durch zahlreiche Synchronisationen von Wesley Snipes, Martin Lorenz, Zinbien und Chris Tacker bekannt. Wirken Michaelis absolvierte sein Schauspielstudium von 1983 bis 1987 an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Berlin. Bereits ab dem zweiten Ausbildungsjahr trat er von 1984 bis 1989 in den Kammerspielen des Deutschen Theaters Berlin auf. 1987 erhielt er ein dreijähriges Engagement am Hans-Otto-Theater in Potsdam, gefolgt von weiteren vier Jahren als Gastschauspieler. Seit 1995 ist Michaelis freiberuflich tätig. Er wirkte unter anderem in Fernsehproduktionen wie den Kriminalserien Inspektorrolle und Polizeiruf 110 sowie in dem mit dem Jupiter ausgezeichneten Fernsehspielfilm 12 Winter mit. In Kinoproduktionen wie N.V.A. Mein Führer, die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler und 1. Mai Helden bei der Arbeit sowie in dem mit dem Oscar 2009 ausgezeichneten Kurzfilm Spielzeugland. In der ARD-Reihe Tatort agiert er seit 2007 an der Seite von Maria Furtwängler als Kommissarin Charlotte Lindholm als deren Vorgesetzter Stefan Betomski. 2009 war er neben Yvonne Ketterfeld im Thriller Schatten der Gerechtigkeit zu sehen. Vertreten wird Michaelis durch das in Berlin ansässige Management Ramona Mohren. Entdeckt von einer Regisseurin, die in Schulklassen Nachwuchssprecher für die Besetzung von Kinder- und Jugendrollen im Bereich der Filmsynchronisation suchte, übernahm Thorsten Michaelis 1972 in der sowjetischen Belarus-Filmproduktion Die Musik der Partisanen seine erste Hauptrolle. Es folgten zahlreiche weitere Engagements in den Studios der DEFA in Potsdam-Babelsberg. Seit Demmelischen Mann ist Michaelis die deutsche Feststimme von Wesley Snipes. Seit der 16-teiligen Fernsehproduktion Die Scharf schützen auch von Scene Bean. Darüber hinaus wird er seit Bad Boys, harte Jungs bis auf wenige Ausnahmen auf Martin Lorenz und seit Dead Precedents kontinuierlich auf Chris. Taka besetzt. Film- und Fernsehzuschauer kennen ihn zudem als deutsche Stimme mehrerer Serien-Hauptdarsteller. Darunter für Julian McMayron in der Rolle des Gultuner in Schampt, zauberhafte Hexen und der Rolle des Doktor. Christian Treu in NIP, Tag, Schönheit hat ihren Preis. Für Kevin Zorbo war er die deutsche Stimme des Dillenhund in Andromeda. Für Damian Luis als Charlie Coos in Live und für Grand Bowler als Joshua Nolan in Defines. Zu einer Auswahl weiterer von ihm synchronisierter Schauspieler gehören Benicio Del Toro, darunter in Traffic, Macht des Kartells. 21 Gramm und Sin City, Danny Wahlberg in der Filmreihe SAW. In kurzer Prozess, Reiteskill und in der Serie Blue Bloods, Crime Scene New York sowie Mike Epps in Next Friday, Friday After Next. Type to Me und Savages. Dialogregie führte Michaelis unter anderem in der Krimiserie CSI, Miami und im Chor in Kultfilm The Big Lebowski. Seit 2014 leidt er Jason Beger als Henry Henk. Void in Chicago PD. Seine Stimme. Seit Mitte der 2000er Jahre ist Thorsten Michaelis vielbeschäftigter Interpret von Hörbüchern. Seine bisherigen Publikationen umfassen sowohl Kinder- und Jugend- als auch Erwachsenenliteratur. So las er unter anderem der Heuler aus der Vampiric-Hörbuch-Serie von H.R. Giger, die Insel des Doktor. Moro von H.G. Welts und die Treipods-Trilogie von John Christopher. Deren dritter Teil 2007 mit dem Hörspiel-Award in Gold ausgezeichnet und für den Orkanos nominiert wurde. In der Kategorie Hörbuch des Jahrzehnts setzte sich Michaelis neben David Nathan und Regisseur Lars-Peter Lück während der Orkanos-Wahl 2008 mit H.P. Love kräftster Flüsterer im Dunkeln gegen die Konkurrenz durch. Als Synchronstimme des Hauptdarstellers Cine Bean in der Fernsehserie Die Scharf schützen, vertont Thorsten Michaelis seit 2010 die der Fernsehadaptation zugrunde liegende Romanserie Richard Scharpe von Bernard Cornwell. Im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur interpretierte Michaelis unter anderem das Amulett des Genghis Khan von Nina Blason, das 2008 auf der Hörbuch-Bestenliste erschien. Mit der Lesung Troja von Rosemary Sutcliffe erzielte er im darauffolgenden Jahr den dritten Platz bei der Verleihung des Hörcolino, dem Publikumspreis des deutschen Buchhandels. Weiteren Erfolg verzeichnete die Hörbuchausgabe des für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominierten Romans Es geschah im Nachbarhaus von Willi. Fährmann, das 2011 mit dem Auditorix-Güte-Siegel ausgezeichnet wurde. 2012 erschienen die Hörbuchproduktionen Elbenthal-Saga, Die Hüterin mit Guts von Niva Opala sowie das Prequel Tripods, Die Ankunft der dreibeinigen Monster von John Christopher. 2013 Elbenthal-Saga, Der Schwarze Prinz von Niva Opala. Seit Februar 2014 lässt er für Argon Sauerländer Audio die Abenteuer von Batman lebendig werden. Im Oktober 2015 erschien seine Lesung von Philipp Kehrs Winterpferde bei Sauerländer Audio, die mit Platz 1 der Herr 2H-Buchbestenliste prämiert wurde. Für den Komplett-Media-Verlag vertonte Michaelis außerdem dokumentarische Hörbücher zu Sachthemen wie Geschichte, Philosophie und Religion. Von 2006 bis 2009 lieb Michaelis in der zehnteiligen mehrfach ausgezeichneten Hörspielserie Kane von Lausch, fantastische Hörspiele, dem gleichnamigen Auftragsmörder und Protagonisten Stephen Kane, seine Stimme und wurde dafür mit dem Orkanos 2010 sowie 2007 mit dem Hörspiel Award in Gold als bester Sprecher in einer Hauptrolle geehrt. Von 2005 bis 2010 wirkte er zudem als Tupac Shakur in der LPL-Rekords-Produktion Offenbarung 23 mit. In einer weiteren Festrolle war er 2008 als Jedi Runschrüne in der Star Wars-Hörspielserie Dark Lord zu hören. In der Hörspielserie Drachenlanze leiht er dem Charakter Karamon, einem Hauptakteur, seine Stimme. Darüber hinaus lieb Michaelis verschiedenen Charakteren in der Hörspielreihe Gruselkabinett seine Stimme, so in den Folgen das Phantom der Oper, das verfluchte Haus Dr. Jekyll und Emmer, Heid, der Fall des Dexter, war die lebende Tote und der Leichendieb. In der von Lauschala und Records publizierten Hörspielfassung zu Bram Stokas Roman-Klassiker Dracula übernahm Michaelis die gleichnamige Hauptrolle und trat mit dem Ensemble im Rahmen dreier Leseinszenierungen 2006 in Berlin, Hamburg und Essen auf. Computerspielinteressierte kennen Thorsten Michaelis unter anderem als Synchronstimme von Max Payne in Max Payne 2, Fall auf Max Payne. Von Agent 47 in Hitman, Gerrit in Dark Project 2, The Metal A.G.E., Psycho in Chrisis und Chrisis Wahed, Maa in Medal of Honor, Attentäter Keiling in Mass Effect 3, Sam Becker in Far Cry 3, Pagan Min in Far Cry 4 und einer von vier Sprechern des Charakters Inquisitor in Dragon A.G.E. Inquisition Privatleben Michaelis ist verheiratet und lebt in Berlin. Sein Bruder ist der Sänger und Komponist Dirk Michaelis. Auszeichnungen 2007 Hörspiel Award in Gold in der Kategorie Bester Sprecher in einer Hauptrolle für Cain 2007 Hörspiel Award in Gold in der Kategorie Kritikerpreis Beste Lesung für Tripods 3, der Untergang der dreibeinigen Monster nach John Christopher 2008 Orkanus in der Kategorie Hörbuch des Jahrzehnts Neben David Nathan und Regisseur Lars-Peter Lück für Der Flüsterer im Dunkeln nach H.P. Lovecraft 2009 Hörculino Platz 3 für Trojan nach Rosemary Sutcliffe 2010 Orkanus in der Kategorie Bester Sprecher in einer Hauptrolle für Cain Filmografie Theater 1986 Hermann Sudermann Der Sturmgeselle Sokrates Regie Thomas Langhoff 1990 Ethel Fugat Da leben Leute Regie Günther Rüger 1991 Christoph Hein Die wahre Geschichte des AKU Regie Bernd Weißig 2020 12 7 6 8 10 11 11 Vielen Dank.